Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Die Maus ist schon wieder im Bild, es tut mir leid. Okay. Wir müssen herausfinden. Wart mal. Oh, ich bin so doof, ne? Ich sehe es jetzt erst. Ich glaube, es ist wirklich dafür. Moment. So, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen herausfinden, äh, wofür denn, äh, diese tolle Kreuzschlüssel ist, ähm, ich weiß nicht, wie oft ich in der letzten Folge hier drauf vorbeigegangen bin, ähm, es tut mir leid. Okay, wir sind zwischen Floor 1 und 2. Louis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Ah. Dr. Waddle, du musst Dr. Waddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Dwayne. Okay. Was brauchen wir denn hier? Ah, okay, da brauchen wir eine Sicherung. Ein Netzkabel. Okay, Sicherung. Können wir die Sicherung nehmen von... Gehen wir erstmal runter. Mit dem tollen Floor. Ich meine, wenn wir das jetzt hier auch haben... Dann könnten wir doch theoretisch die Sicherung von da nehmen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ist da zwei von? Oder wie schnell war der jetzt? Das sind zwei... Das ist ja unfair. Hier sind tatsächlich zwei von. Ich hab gedacht, hier könnte man irgendwie ein bisschen um mich rum... 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 sneaken. Ich hab gedacht, da wär jemand. Please let me go. Kann man die nehmen? Ja, die kann man auch nehmen. Und dann kann ich doch wieder hier zurück gehen, oder? Nein, kann ich nicht! Ah, scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, ich hab nur eine Pistole! Es tut mir leid, jetzt bin ich schon wieder an dir vorbeigelaufen. Lass mich hier hoch. Seit wann muss man A drücken, um hochzuklettern? Ich versteh's nicht. Okay. Okay. Wie geht's denn jetzt hoch? Oh, da ist ein Messer. Ja. Waren wir hier schon? Ja, ja. Waren wir hier noch nicht. Ich find die Schatten... Oh, ich liebe dieses Spiel. Safer Raum! Safer Raum! Safer Raum! Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Ellen, Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweckstelle zu transferieren. Deshalb war nie aus dem Schiff. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn. Um Verdächtigungen zu vermeiden, kontrollieren... Haben wir das nicht schon gelesen? Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Äh... Haben wir das nicht schon gelesen? Das kam mir sehr bekannt vor. Eigentlich brauchen wir... Boah, mir geht mal der Nase. Nichts. Wir speichern mal. Moment mal. Ich muss mal kurz schauen. Ich... Ähm... Okay. Ich glaube... Ah, hier. Serum herstellen. Bootshaus. Gut. Ich wollte nur gucken, denn ich möchte gerne auch das andere Ende spielen. Ich weiß noch nicht, ob ich das aufnehme. Aber... Ähm... Ich würde halt gerne wissen, was passiert, wenn ich äh... Zoe wähle. Evi ist oben. Ätzmittel. Ätzmittel. Sonst noch was? Bombe. Ah, das ist der Raum von, ähm... Hier passiert jetzt auf jeden Fall was. Okay, komm wir jetzt durch. Geh zu. 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 Geh doch zu. Die Türen gehen nicht zu. Ah. Entschuldigung. Ich muss mich ab und zu mal meinen Hals... Irgendwie ist er ein bisschen angeschlagen heute. Das kann auch daran liegen, dass es ähm... Eigentlich ist es nicht mehr morgens. Warum ist hier nichts? Maschinengewehr-Munition. Als ob hier nichts ist. Ich wollte mich doch verarschen. Also hier hat irgendwie sich übergeben. So. Ich find's echt kacke, dass ich nur die... Können wir hier die Tür nicht zumachen? Warum können wir die Tür nicht zumachen? Ah. Okay. Ich bin doch gar nicht so wehrlos mit der Pistole. Ich hätte gedacht, äh, ja. Wieder so gelb. Ich hab keine Ahnung warum. Es lässt sich nicht öffnen. Es hat bestimmt was mit den... mit den tollen Bildern hier zu tun. Wenn die vielleicht so aufgehangen werden müssen, wie auf der anderen Seite. Pink nach oben. Das war ja einfach. Da hättet ihr euch mal was, äh... Besseres einfallen lassen können. Musst ihr ja nicht mal den Grips anstrengen hier. Kann ich die vielleicht kaputt machen? Ich weiß, die sieht anders aus, aber... Ah ne, das ist ein... Na gut. Ich kann noch mal ein bisschen weiter hier rum gucken. Ich kann noch mal ein bisschen weiter hier rum gucken. Das ist keine Arme. Könnten den so benutzen wie bei The Walking Dead. Ich kriege mich schon. Noch den Unterkiefer ab. Und dann... Hö, das teilst du auf. Ah, weil ich das auch gemacht habe. Okay, da geht's nach oben. Aber da will ich noch nicht hin. Und jetzt erstmal hier rein. Das war ja der Raum. Huh! Das schreckt mich doch nicht so! Huh! Psst! 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 Scheiß wie. Stirb! Stirb! So. Da liegt was. Und hier ist auch noch was. Schießpulver. 16 Jahre seit dem Albtraum von Vacoon City leiden die Überlebenden immer noch. Ah, das ist aus den alten Teilen. Ja, ich weiß, wir könnten noch ein paar Sachen herstellen, aber spare ich mir noch ein bisschen auf. Also wir haben ja Säure. Ach, wir haben ganz viel Säure. Na gut, dann. Schlüssel! Schlüssel! Holen wir direkt. Haben wir jetzt noch irgendwas? Das muss sich ja lohnen. Und Fernzünder. Ich vergesse mal die Zeit, aber es ist noch alles in Ordnung. Alles noch im grünen Bereich. Ah, es juckt. Wir müssen zur Krankenstation. Wir haben jetzt hier alles abgegrast. Ach, es juckt. Warum? Wir haben tatsächlich hier alles abgegrast. Wir können noch mal kurz speichern. Ich wollte nur kurz die Wand anfassen, also die Tür. Ja, wir können das kurz überspeichern. Passt schon. Okay. So, und dann könnten wir doch theoretisch... Ah, die war verriegelt. Wie kommen wir denn noch mal... Kommen wir nur... Ich weiß, aber ich möchte erst mal... Moment. Nein. Ach ja. Da müssen wir doch über den Aufzug... Können wir hier über den Aufzug? Ja, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Hier über den Aufzug die Treppe hoch. Ja. Die Treppe. Die Leiter. So. Die ist ewig hoch. Das läuft auch noch meine Nase. Ich leide heute. Wirklich. Einen kurzen Moment. Hallo. There I am again. Hä? Wo habe ich jetzt hingeguckt? So, und wie war das noch mal? Hier runter? Die Maus. Das tut mir leid. Oh! Ehe. Das sieht ja eklig aus. Ja, schrocken. Äh, habe ich... Ja, ich habe auf jeden Fall einen. Da ist jetzt bestimmt auch einer drin. Ach, guck mal. Einen kurzen Moment. Da bin ich wieder. Äh. Ich habe keinen Platz, glaube ich, für die... Na. Ah, doch. Ich habe wohl Platz. Oh. Cool. Irgendwie, also... Wundert euch nicht. Meine Webcam ist irgendwie... Meine Facecam ist irgendwie... Weiß auch nicht. Im Moment macht die irgendwie das, was sie möchte. Und die Farben stimmen irgendwie nicht. Oh, da war auch eine Bombe. Hatte ich übersehen? Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Könnte ich? Ich glaube, das mache ich mal kurz. Also erst mal... Moment mal. Verbesserte Pistolenmunition. Ich hätte gerne Maschinengewehr-Munition. Das hier brauchen wir bestimmt, wenn wir gegen Evie kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen wollte. Ich habe aber ein Maschinengewehr. Okay. Am besten, wir gehen. Uh! Floor 3, okay. Hier sind wir richtig. Ich habe gedacht, da könnte man vielleicht was reinlegen. Ich glaube, da hinten müssen wir durch. Ach so. Moment. Kann man doch mal kurz das Tolmoni machen. Es tut mir ein bisschen leid. Ich meine... Okay. Warte mal. Auf Floor 2 ist auch noch... Moment. Es tut mir leid. Das machen wir jetzt noch kurz. Und dann werde ich die Folge beenden. Das tut mir leid. Aber... Nee, auf Floor... Auf Floor 1. Und zwar, wo ich mich gefragt habe, wie wir da reinkommen. Oh! 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 Ich habe hier ausgetrickst. Habe ich hier ausgetrickst? Habe ich hier ausgetrickst? So. Ah! So. Ja! Ich habe hier ausgetrickst. Werzt mittel? Perfekt! Ja, Maschinengewehr. Munition. Da lag aber auch was auf dem Boden. Höps! Kraut! 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 Oh! perfekt. Das hat sich ja mal mega gelohnt, muss ich sagen. Jetzt gehen wir direkt wieder hier lang. Es wäre cool, wenn ich ihn irgendwie da weglocken könnte, aber kann ich irgendwie nicht. Hier ist der Safe-Raum, oder? Dann können wir nämlich speichern, dann können wir die Folge hier beenden. Ja. Okay, dann speichern wir mal. Und da würde ich sagen, das war's mit dieser Folge, wie ich schon angekündigt habe. Wir sehen uns einfach morgen wieder um 18 Uhr und ja, wir haben jetzt mehr Inventar. Geilo. Mein Rucksack, wurde mir gesagt, habe ich übersehen. Den habe ich aber immer noch nicht in der Aufnahme gesehen, aber ich bin froh, dass wir den jetzt noch gefunden haben. Naja, wie auch immer. Wir sehen uns einfach morgen wieder. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.